Hier sehen Sie unseren neuen Petroleumofen, mit dem man auch kochen kann. Sie hören im Hintergrund das Kochgeräusch und ich zeige Ihnen das jetzt auch gerne. Also somit können Sie mit dem Ofen eigentlich zwei wichtige Funktionen erfüllen, einerseits heizen, andererseits kochen oder speisen, heiß oder warm machen, je nach Bedarf.